. 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 Du bist Gebeneteit unter den Frauen. Und Gebeneteit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hier lege ich mir die Muttergottes. Die Wandermuttergottes, schauen Sie. Zeigen Sie mir mal, wo Sie die Muttergottes hinstellen wollen. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschenleben. Wir schwören dir, unsere Treue ist in den Ruhm. Amen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. . 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 ARD Text im Auftrag von Funk Geflüchtig, ach wie nichtig, ist der Menschenglücke. Wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort entsteht, so ist unser Glück gesät.